Hallo, hier ist Tobias alias DJ François Fomage. Hier im Hintergrund könnt ihr sehen, da ist das Schlossgut Sulze-Mos. Hier im Hintergrund sieht man erstmal nichts, aber wenn ich mich ein bisschen weiter drehe, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, auf jeden Fall weiter hinten ist ein großer Stellplatz, wo die Leute mit ihrem Campingbus und mit ihren Wohnwagen übernachten können. Das ist nämlich insofern ganz praktisch, weil es ein kleines bisschen außerhalb von München ist und wenn die Leute kein Hotelzimmer nehmen müssen, sondern mit ihrem Wohnwagen bzw. mit dem Wohnmobil übernachten können, dann ist es doch für alle Seiten eine gute Gelegenheit. Es sind auch viele Kinder da, das heißt, die Eltern müssen dann nicht sofort ins Bett, nur weil die Kinder müde werden. Hier im Hintergrund sieht man dann auch schon die Gesellschaft. Ich habe schon alles aufgebaut, habe mich umgezogen und freue mich, wenn ich die Krawatte, nee, die Fliege und die Jacke wieder ausziehen kann, weil es ist superschönes Wetter. Wie das da drin genau aussehen wird und vor allem wie heute Abend die Party sein wird, das zeige ich euch gleich. Musik 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 Und wenn du dannst du da die Strecke mit der Cloudflucht bist, du bist ein Rewind. Hey, Shella, Shella, Who else will we be? We light my fire. We should be here. We light my fire. 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 Untertitelung des ZDF, 2020